Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu FIFA 12. Es geht weiter gegen Gladbach. Ja, bin gespannt, ob uns heute ein Rezept einfällt, wie wir spielen können. Ich würde sagen, hech! Ich muss natürlich spielen. Ja. Auch wenn ich verletzt bin. Und mach mal den Hech. So, und Möta, bevor der überhaupt wieder irgendeine Scheiße macht, nehmen wir ihn gleich sofort raus. Genau, sei dankbar. Richtig. So, und Hech. Vielleicht macht Peter Hech das diesmal ja besser. Das ist nicht Peter Hech, das ist Oliver Hech. So, und auch Gladbach hat keine wirklich berauschende Form. Nee, auch nicht. Aber ich meine, schlechter als wir geht natürlich wie immer nicht. Nö. Das können wir nur wiederholen. Immer und immer wieder. In jedem Part das Gleiche. Richtig. Klar, in jedem Part. Wieso darf ich eigentlich nicht stürmen? Weil du ein kleiner Mongo bist. Und hier ist sie wieder ein bisschen nervös. Hm. Oh, wie hell er den denn bitte? Ja, weil ich einfach mega der Pro bin. Meine Mutter ist ein Pro. Das stimmt. Das ist ein mega FIFA Pro. Klar. Die zieht dich immer ab, habe ich gehört, ne? Ja klar, die macht mich in jedem Spiel fertig. Ich habe voll keine Chance gegen die. Mega die Gute, ey. Ja, schick sie mal zu diesem FIFA-Turnier. Da kann man ja, glaube ich, wie viele Mäuse gewinnen? Kann man da echt so viel? Weiß ich gar nicht, ne? Ja, das werde ich, glaube ich, mal machen, ey. Macht halt. Also die ist auch, äh, online ist, äh, erste Liga Meister geworden. Die gewinnt doch alles online. Die gewinnt gegen keinen. Die gewinnt gegen keinen. Genau, die gewinnt gegen keinen. Aber inzwischen gewinnt sie alles. Ja, klar. Ach, du meinst den Herr Kain. Ach so, ja, na klar. Genau, klar. Das war bis dato der beste FIFA-Spieler. Aber, äh, dann kam meine Mutter. So, aber genug jetzt. Brustwarzen? Was tat denn hier? Was war das jetzt? Guck mal, ich bin schwarz wie nackt. Wie nackt? Schwarz wie nackt? Genau. Ich bin sowohl schwarz als auch nackt. Ja, hallo. In letzter Sekunde. So, das war ganz alleine, Gonzo. Das wollte ich gar nicht. Aber den haben wir uns so... Den... Ja, ich weiß nicht, was er zu sagen soll. Den haben wir wieder verloren. Und wieder. Und wieder. Und immer wieder. Immer wieder. Immer wieder haben wir das verloren. Von der Elbe bist du Iser. Überall haben wir verloren. Ich! Super! Hey! Da bin ich da. Immer konzentriert. Immer Backen aufpusten. Da wollte er nicht abspielen. Nein, da laufe ich dir mal den Gegner rein. Denn... Das funktioniert ja. Huft. Vorsicht! Wo war die ja mit dem 1 zu 0? Da hat sich Oliver Hechtkahn wohl kurz erschrocken. Ich finde das Vorsicht jetzt gerade so geil, ey. Muss ich nicht versehen, zu glauben. Wenn es sonst keiner macht. Hier. Aber er hat sich wenigstens noch schön geschmissen und versucht, den Ball zu bekommen. Wie hat er da nur nachgeguckt? Lächelig. Lächerschwanz, ey. Was geht da schon wieder los? Dannel. Der Buce. Pat. MAU-ZI! Ja, MAU-ZI. Nordweit. Minky, Pat. Ja. Habit! Tor! Nur minimal im Abseits. Aber das ist vielleicht die Zereff ja nicht. Wenn man übertreibt, kann ja sein, dass der Zereff das nicht sieht. Sturm auf Minky. Weitergeleitet zu Sanchos González. Oh, scheiße, da war ich vorbei. Huch! Ein Wurf. Ja, wir gehen schon mal wieder supi-dupi. Nicht mehr gegen Gladbach können wir was reißen. Wie soll der eigentlich den Ball? Ey, nachher hat er Gretchen den Ball gehabt. Ist das kaputt? Zählt das? Oh, jung! Ja! Ja, nein, ja, nein! Geh weg! Ich will da gar nicht. Ecke, mal hin, komm. MAU-ZI! Fällt voll aggressiv. Prime and able. Der Carl Gustav. Na, schade. Carl Gustav, das geht auch besser. Ja? Ja? Bruce, geht da jetzt hin und macht ihr so voll fertig. Alle, geht auch besser. Der läuft so lange hinterher, bis er antwortet. Ha, 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 ha! Auch Jörg? He, 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 he. Auch Jörg? Auch Jörg? Auch Jörg? Auch Mann! Cool, passt, alle. Auch Mann! Ich spiele da hinten derweil schon mal Schach. Ist ja langweilig, wie es auf die eine Aktion ist ja nichts passiert. Ich habe ja nichts anbrennen lassen. Guter Schuss. Hab ich gesehen von hinten. Ja, das sieht man in der Regel wirklich. Oder ist da ein Hügel dazwischen? Ja, aber gut war, siehst du. Das kannst du gar nicht entscheiden, so von der Schussstärke. Zum Beispiel, das war jetzt stark. Das kannst du von ihm noch gar nicht sehen. Doch, klar. Ja, klar. Mein Fernrohr vielleicht. Alles. Alles sehe ich. Und noch viel mehr. Das alles. Und noch viel mehr. So, ich schieße ihn mal jetzt mal weg. Siehste? Das habe ich auch gesehen. Siehste. 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 Oh, nee. He, he, he. He, he, he. Aua. Kurvaau. Kurvaau? Du musst den Wegezahn beim Kurva sagen, oder? Ja. Das tut mir natürlich leid. Ich wollte da oben. Und der war... Der wäre... Ja, gewesen. Hätte man den dann angenommen, Herr Spieler. Nein, den nehme ich nicht an. Das war Rohle, der Dieter. Der Dieter? Den habe ich. Ja. Klar, sieh. Ja? War es? Was war ich? Ich habe mich nicht angenommen. Lass mich mit diesen Arten zu widern. Perverse Mongo. Ich habe gar nichts getutert. Gemagt. Ja? Schön. Er kam von Tuten und Blasen. Also von Tuten, keine Ahnung. Er verblasen ein bisschen. Was? Ein bisschen viel, ja. Bitteschön. Dankeschön. Alli, jubi, jubi, jubi. Ja, alli, jubi, jubi. Oh, Mann, ey. Wieso sieht man das denn auch nicht? Nein? Dann laufe ich weiter konsequent. Der Mann kommt nicht da an, wo er soll. Nochmal drehen nach innen und dann flach rein. Normalerweise. Ich glaube, wir spielen das nur noch zur Selbstbelustigung, ne? Ja, eigentlich schon. Go! Verhurte Latte. Ist ja gar nicht. Ich glaube, ja, läuft jetzt da mit uns aus. Nein, damit, ja, ja. So. So. He. Ich lege mal das Schachkrieg zur Seite. Wir spielen gleich weiter Ball, Junge. He. Da stehe ich an meinem Vollstehen. Auf der Linie habe ich meine Stärke. Weiter. Ah ja. Ah ja. Wir brauchen Eier. Klasse gemacht. Gehalten. Super von mir. Und dann habe ich super den Spieler darauf angerichtet, hier zu klären. Da wäre ich durch gewesen. Komm, Schachjunge. Weiter. Aber sie haben doch jetzt Pause. He. Pause. Klasse hier gehalten von mir. He. So. Klicken wir weiter den Quatsch und begeben uns in die zweite Hälfte. Erstmal hinten rum vielleicht. Seelensturm. Paul Breiter. Ja, Freilie. Hier. Prüß. Ja. Den habe ich auch verdient, diesen Bar. Hier, Pat hat ihn genauso verdient. Ja, schieß. Geil. Oh, das ist nicht wahr. Dieser verwichste Pat. Ter Stegen. Dieser verwichste Pat. Ter Stegen. Da, quer, quer, quer. Oh Mann. Das ist doch nicht wahr, diese verwichste Latte. Das gibt es doch nicht, ey. He. Unglücklich. Wen scheiße läuft, läuft scheiße. Ich. He. He. Ja, super angenommen gehabt jetzt. Mein Gott. Du brauchst die Erfahrung. Den Ball anzunehmen. Da, da. Da stand nicht. Da wollte er lieber noch einen Haken schlagen und der war zu viel. Du brauchst die Erfahrung zum Abspielen. Ja. Genau. Genau. Ja, freilich. Geh dann mal unten in Lorn. Ja. He. Perfekt. Dies ist ja einfach. Spiel wir gegen die A-Jugend oder was? Ja, ich. Ja, ich. Genau. Oh, was. Einen hohen Ball angenommen. Respekt, Rolle. An dieser Stelle. Dieter. Respekt, Dieter. An dieser Stelle. Weiter. Außen. Ja. Dann durchstochern, aber hat nicht ganz viel klappt. Das war schlicht. Vorsicht! Raus! Hab ich. Jetzt. Torschuss! Ja, und wer hat's eingeleitet? Ja, ich. Ich, der ich. Einmal drehen und... Ich hasse diesen verfickten Testing. Das ist ja unglaublich. Per-Testing. Per-Testing, natürlich. Duper, super. Duper, super. Duper, super. Oh, jetzt stehen die da alle im Weg. Wir spielen denn in der 2. Hälfte richtig gut. Das gibt Ecke. Hab ich gesehen von die hinten. So, was ich mal kurz genau... Wie schaut's denn aus? Rolle möchte raus. Hat er mir grad gesagt. Ja, klar. Hey, ich möchte kurz raus. Ist das okay? Ja, aber nur kurz, bitte. Ja, dann möchte ich wieder rein. Ja. Ich glaube, ich werde mal hier Möter bringen. Möter, wir bauen auf dich, ja? 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 Komm, weiter. Immer weiter. Farce. Ich bin peckschwarz wie nackt. Ja, ich bin schwarz sowohl als auch nackt. Genau. Carl Gustav, Primo Mable mit der Ecke. Kopfball. Ja, aber geklärt. Da kommt wohl Gefahr. Danger, danger. Atizioni. Dafür, dass er Muschi war, war er gefährlich. Weil Testegen da auch so spät runtergegangen ist, Pär-Testegen. Der Pär-Testegen, würde ich mal schon sagen, ja? Also, so viel Zeit muss sein. Jetzt aber drauf, weiter. Immer bei. Immer bei. Was hat das denn für ein Move? Hilfe. Vorsicht. Raus. 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 Gut gemacht, Paul Breitner. Wir haben doch damals noch in der Nationalmannschaft zusammen gespielt. Naja, so alt ist der Olli jetzt auch nicht. Breitner ist 70, glaube ich, oder 60 oder so. Oh, scheiße. Genau das meine ich. Weißt du mit den Flachen dann bei der Grundlinie? Das war ein Rückpass. Hey. Das habe ich von hinten gesehen mit meinem Fernrohr. Hallo Fernrohr. Da stehen wir uns alle wieder selber im Weg. Querlegen, 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 querlegen. Nicht querlegen. Ja, sie. Das wäre besser gewesen, glaube ich, wenn ich den Test irgendwie mal Wunden gehabt habe. Ich war so panisch. Ich wusste nicht, was ich machen soll mit dem Ball. X drücken. Kurz hätte gereicht. Ne, finde ich nicht lustig. Oh, da wollte ich nach außen spielen. Da läuft der mir im Weg rum, ey. Gibt es ja wohl nicht. Also irgendwie nur noch selbst schwarzer Humor hier. bei dem. Oh, bin aber von Schwarz gehollen. He, Glanz start. Hat er im Fallen gesagt. Ich wusste zwar noch gar nicht, ob er den Ball hat. Raus. 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 Ich kann jetzt vergessen. Winzern ist frisch, er ist energisch und verliert die Ball. Das war faul. Mein Knie, Knie, Knie. Nein, Kahnke kommt für Raul. Bobadier. Bobadier, Bobadier, Bobadier. Raus. Hier. Hier. Regiert. Der FC A. Oh, was passt du denn da schon wieder so scheiße, ey. Oh, Mann. Klappt nur gar nix, ne? Ah, es tut weh. Ah. Da decken wir uns gegenseitig. Das ist auch wichtig. Denn Patrick musste da noch hinlaufen, als ich da stand. Patrick. Ja, Patrick. Patrick. Raus! Möter. Ja, fast aus, eh wieder. Was denn? Passt der Anker von Möter? Respekt. Du wirst mit dem Ball hinhalten, ey, Fuß hinhalten. Ja, echt, mit dem Ball hinhalten. Raus! Raus! Vorsicht! Vorsicht! Raus! Raus! Ich sagte doch raus! Ja, beim Rauskommen war der Ordinese wirklich gut. Also, das ist schon realistisch hier gemacht. Weiter! Immer weiter! Ah! Wir brauchen... Ah! Ja, wir brauchen ein A. Wir brauchen eine glatte Eins, um hier zu bestehen. Ich... Ich hab' nicht so viele reingelassen wie der Elias! Hahaha! Ich... Hahaha! Das ist wichtig, ne? Nach dem Nachmittag auch das Ich noch mal zu sagen. Hahaha! Hä? Oh, Mann! Ja, geil! Wir müssen nicht gleich so. Da stand er irgendwie... Raus! Weiter raus! Noch weit! Ich bin noch zu nah am Tor! Ja, schade. Nix in Niederlage. Mal schauen, ob wir jetzt schon auf dem Abstiegsplatz stehen. Ja, besser ist... Ich bin besser! Zu Recht auch! Ja, stimmt. Für die eine Glanztat, wo er schon Glanztat gesagt hat, obwohl er noch gar nicht abgewehrt hat. Ah, ja. Zu gut, zu gut. Zu gut, zu gut. Joe, Joe, Joe hat gerade FIFA-Tribf gestartet. Was?! Du rülpsst an einem Let's Play?! Ich nein! Es wurde sich weniger Rülpsen gewünscht! Ja, nur vom Müttern. Wer spielt gar nicht... Der ist auch live! Also... Wir sind auf das 12, was geht. Die Konkurrenz ist jetzt auch muschi. Also wir können uns noch ein paar Patzer erlauben. Die werden wir auch definitiv in Kauf nehmen, die Patzer. Der nächste gegen HSV. Internexten gegen HSV. Aber nur noch drei Punkte auf Relegationsplatz. Und internexten HSV. Warte, was wir noch kurz machen, ist die Mannschaft jetzt wieder vernünftig aufstehen, jetzt wo alle wieder da sind. Und vernünftig heißt... Ich ins Tor! Yes! Und natürlich Minky im Spiel, klar. Ausnahmsweise mal neben Möter. Wer weiß, wie lange das noch so bleibt. So, Freunde, und danach freuen wir uns auf die nächste Niederlage gegen den HSV. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!